Was glauben Sie, ob so ein Spielzeug wohl auch denken und fühlen kann? Die Antwort bekommen wir gleich von Visage. Visage kommt aus der Londoner Szene und ist so eine Mischung aus New Wave, aus Ballett und Mode, wie es das darstellt, werden Sie gleich sehen. Mind of a Toy heißt der Titel, doch vorher möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, Rockpop hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal, Ihnen allen eine gute Zeit und für heute noch einen schönen Abend. Tschüss mit Visage! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.